Wir bringen unserem neuen Freund ja viel Vertrauen entgegen. Händen Sie nicht? Ahmed? Wenn er uns an Kolonel Montoya verraten wollte, hätte er das sicher längst getan. Er scheint es faustig hinter den Ohren zu haben. Was denn? Ach, gar nichts. Es dauert wohl noch ein bisschen. Kann ich Ihnen helfen? Nein, lieber nicht. Übrigens hat uns Ahmed immerhin mit den Soldaten am Bahnhof geholfen. Jetzt habe ich ihn eingeklemmt.